klopf klopf und hallo ihr seht schon ich habe mir ein paar socken gehäkelt mein erstes paar socken und zwar mit einer anleitung die ich euch unten auch in die infobox mal verlinke und zwar von kümmer tutorials easy peasy socken und es war wirklich easy peasy das einzige was ich gemacht habe statt halbe stäbchen habe ich ganze stäbchen genommen weil ich habe eine zweieinhalb nadel und das ist das reicht also wie gesagt die socken sind nicht für den alltäglichen gebrauch im sinne von acht stunden in den schuhen sondern einfach nur zu hause auf der couch und da kann das ruhig es ist ziemlich dicht ja und da ich ja so ein stäbchen fan bin oder so geübt sagen wir es mal so mit den stäbchen habe ich das so gemacht hier doch toll aus oder das ist die wolle die ich euch vor kurz in einem anderen video gezeigt habe von das träne gräne und die war ja runter gesetzt habe ich gedacht ich häkel daraus gleich mal ein paar socken sieht witzig aus hier unten macht es und so einen gebogenen streifen und hier oben vermuschelt sich das wieder weil also hier sieht man schön die aufstiegsmaschen also da wo ich immer in jeder etage aber das ist dann unten an der sohle und hinten am hacken das stört nicht und hier irgendwo mal gucken ob ich es jetzt finde da hier ist eine zunahme ne quatsch da ist eine zunahme jetzt zwischen meinen daumen denn da noch und da das sind die einzelnen drei sachen die sich da so ein bisschen damit schmaler wird für den nüschel und ansonsten ist das wirklich runterrattern aber ich hätte nicht gedacht dass größe 39 so lang gebrauch ja ich bin froh dass ich habe mein mann gefragt ich sage möchtest du auch so eine socken haben und er meinte nein und ich war irgendwie froh also ich hätte ihm gehäkelt keine frage aber ich habe gedacht so größe 44 das ist ja denn nee also 39 war schon echt lang aber es ging trotzdem echt schnell ja die linge jetzt wie gesagt hier schon auch ein paar tage weil ich noch was anderes angefangen habe und einfach nur socken zeigen wäre jetzt doof gewesen ja das sind die socken da war übrigens auch noch ein kleiner rest übrig und daraus habe ich ich nehme das mal weg hier ein lappen gewebt ich habe so eine art weberrahmen und da habe ich das einfach nur so das sind hier die das anfang und das ende und hier auf der anderen seite war genau hier irgendwo noch der knoten was waren ja zwei übrig und die habe ich dann zum ausprobieren zum tische abwischen oder so und da mir die wolle so gut gefallen hat und das auch sich gut hat häkeln lassen sind wir noch mal in die stadt gefahren und haben oder ich habe noch mehr wolle gekauft weil es war ja nicht die einzigen die runtergesetzt waren da gab es noch ganz ganz viele andere farben und ich war froh dass die noch welche hatten und da habe ich mir jetzt mal diverse farben mitgenommen zum einen so ein grün die sind jetzt alle socken ich habe jetzt dieser reduzierten preise schon abgefummelt die kosten ja eigentlich zwei euro 39 und ich habe 98 cent bezahlt und um ein paar warme socken raus zu bekommen wunderbar hier gibt es auch das sind nicht gerade farbnummern aber hier steht zum beispiel kombi 7 green das heißt man weiß dann auch welche farbe weil es gibt nämlich ähnliche zum beispiel diese hier da seht ihr den unterschied das ist auch ein grün aber mit ein bisschen gelb drin und das hat dann die kombination drei also da sind immer verschiedene bezeichnungen drauf ja die duften mit mal gucken ob wir das hier alles ins bild kriegen dann etwas mit orange dann ein kräftiges rot lila gemisch und hier seht ihr den unterschied das ist ein bisschen also in der kamera aber ihr seht das ganz gut das ist ja ein bisschen also die farben sind kräftiger hier die sind so ein bisschen blasser die rottöne dann haben wir so einen blau grün gemischt habe ich gedacht die habe ich schon aber das ist auch wieder ein anderes dann nochmal ein grün wobei da wieder das blau überwiegt also ich habe echt auf diese bezeichnung hier geachtet auf diese kombi bezeichnung damit ich nicht doppelt kaufe also doppelt ja sowieso weil ich brauche zwei paar socken aber nicht mehr als notwendig und hier noch mal so ein lila gelb grün naja ich glaube das wird ganz schön bunt hier ja wie viel farben haben wir denn jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 und die neunte so viel farben habe ich jetzt dort entdeckt die waren jetzt wie gesagt alle reduziert und die kiste war voll also ich kann es jetzt mal sagen also wir waren in berlin am alexa und da ist ja in der zweiten etage sustrenegräne und da war die ganze kiste voll ja am liebsten hätte ich alle mitgenommen aber ich habe gesagt wenn ich jetzt hier neu ein paar socken gehäkelt habe dann sollten die doch eine weile halten räumen wir das mal gerade zur seite weil ich habe noch was zu zeigen ich habe ein bisschen weiter gehäkelt und etwas neues angefangen da ist noch nicht viel zu sehen aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin ein video zu machen dann zeige ich es mal erst mal hier zu meinem oberteil also das war übrigens häkelnadel dreieinhalb die ich jetzt verwende das hatte ich auch beim letzten mal bei meinem letzten oberteil so gemacht und die dreieinhalb gefällt mir ganz gut das häkelt sich wirklich schön beim letzten mal wo ich euch das gezeigt waren wir hier das heißt das sind jetzt drei also ich habe es jetzt hier zusammen nehmen können das heißt das ist mein armen auslass das muss ich denn hier noch verhekeln wenn der ärmel dran kommt und auf der anderen seite sieht das so aus ja also es ist nicht viel dazu gekommen das ist theoretisch wenn wir das so hier sieht das gar nicht wenn man das jetzt hier rum nimmt habe ich dazu gehäkelt 2467 rein naja ein bisschen aber man sieht hier schön in der kamera den farbverlauf von beige und das geht jetzt immer mehr ins braune und dann fängt hoffentlich bald mal das rot an darauf freue ich mich schon wenn ein sichtbarer farbwechsel ich meinen den sieht man auch aber hier in der kamera sieht man das besser das zu dem oberteil also wollen wir mal den marker hochsetzen also mir jetzt ist wirklich ungemein den das euch zu zeigen und dann auch den marker zu versetzen ich häkel dadurch irgendwie schneller und ich gucke jetzt beim häkeln auch immer so podcasts von strickern und häklern und von euch bastlern natürlich auch und freue mich wenn es dann immer längere videos sind da habe ich dann auch gleich so einen häkel anfall und dann schaue ich eure videos und häkel dabei also wenn es jetzt natürlich eine anleitung ist wie ich was weiß ich ein album zusammen bastel dann macht das wenig sinn weil da muss man ja immer hingucken aber so wenn einer quatscht und ab und zu nur was zeigt dann ist das wunderbar so dann habe ich noch was angeschlagen und zwar ist das noch nicht viel das wird ein schal ich habe mich mal für so ein zickzack muster entschieden das erste mal dass ich nicht irgendwas im kreis häkel sondern gerade ich hoffe das wird dann auch irgendwie gerade das ist dieser farbverlauf das endet nachher in einem richtig schönen lila was häkel ich mit einer dreier nadel und das ganze was haben wir hier garnstube.de war das das war so wahrscheinlich so ein weihnachts das war ja mein überraschungswollpaket von ach das ist schon ganz lange her da habe ich immer noch wolle da oder garn aber ich habe mal nachgeguckt anhand des farbverlaufes und das müsste ins kühle nass sein 900 meter das ist eine ganze menge deswegen habe ich den ein bisschen breiter gewählt damit er nicht so unendlich lang wird das ist der und dann war es das eigentlich auch schon ich setze mal einen markierer wo machen wir den hier ja was ich zu zeigen habe so den satz beenden und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wenn ich wieder was zu zeigen habe so ich rück das hier noch mal ein bisschen deko mäßig ins bild ja ich wünsche euch einen ganz schönen tag eine schöne woche lasst euch das wetter nicht so aufs gemüt schlagen es ist ja irgendwie also hier zumindest in berlin ist das ein bisschen doof niesel piesel und kalt und es ist nicht schön schon so ein richtiges herbstwetter naja gut genug geschwatzt bis dahin tschüss und da ja Untertitelung des ZDF, 2020